Und mit diesem Eimer Wasser gehen wir jetzt zurück und haben das Ziel, wo ist eigentlich unser Ziel, wo sind wir eigentlich, fuck ich hab mich schon wieder verlaufen. Hey Leute, da sind wir wieder, genau da wo wir das letzte Mal aufgebaut haben, aufgebaut, oh ja, fängt geil an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und ich hau jetzt hier als allererstes erstmal die Kohle weg. Ich hab ja immer noch so im Kopf, dass jetzt hier gleich so eine Falle kommt und wenn man die Kohle unter einem weghaut, ist man auf einmal im Nichts. Ein Glück, dass der Bauer dieser Map nicht so asozial war und deswegen nehmen wir die Kohle gerne mit. Oh, noch mehr Kohle, mhm, lecker. Das letzte Mal haben wir extrem viel erkundet, waren da in diesem Berg drin, man sieht schon meine Fackeln, stehen überall und naja, es wird Zeit, dass wir da hochgehen. Und da, ah, Gold, Eisen, was man noch so alles sieht, wenn man den Berg mal von außen betrachtet, echt geil. Wir haben auch hier die Melonen abgebaut und uns dieses kleine Eiland da angeguckt, nur weiß ich nicht, wie man da rüber kommen soll. Das ist echt ein bisschen blöd. Da muss man sich arg in der Landschaft drum bauen, das mache ich eigentlich nicht so gern. Gut, wie machen wir das jetzt am besten mit dem hier? Hm, ich werde mir wohl demnächst meine eigene Melonen-Farm aufsetzen, deswegen ist das für uns jetzt relativ egal. Wir gehen jetzt nach Hause, werden die ganzen Items, die wir uns gefangen haben, wir haben jetzt wirklich einige coole Sachen, unter anderem die nächste Music-Disc erreicht. Erreicht, oh ja, es wird dunkel, Zeit für uns zu gehen. Wo geht's runter? Wo ging's runter? Waaah! Wo geht's eigentlich runter? Wo hab ich mir den Weg hochgebaut? Ähm, Kinder? Kinder, kann doch nicht euer Ernst sein. Fuck. Nein, da geht's schon mal nicht runter. Ähm. Gut, und so wird's Nacht und ich weiß nicht, wo ich hochgeklettert bin. Ich hab mir doch den Weg markiert. Ähm. Bin ich brutal Banane? Das macht gleich so ein Suicide-Sprung. Okay, ich soll vielleicht doch keinen Suicide-Sprung machen. Also wenn's jetzt hier oben Nacht wird und wir nicht wieder runterkommen, dann ist das ganz suboptimal. Scheiße. Ähm. Okay, da geh ich wohl besser auch nicht runter. Scheiße, Mann. Wo hab ich mich denn hochgebaut? Ja, gut. Also wenn wir nicht den Weg finden, auf den wir hier hochgekommen sind, dann werden wir wohl die Nacht hier im Nirgendwo verbringen. Und das dürfte unseren sicheren Tod bedeuten. Scheiße. Da drüben ist es. Fuck. Da ist mal wieder der Nacht-Einbruch zu schnell für uns gewesen. Ja, hier. Das ist mein Weg. Ja, jetzt aber bloß schnell, hey. Es ist jetzt schon zu spät. Das erinnert mich wieder ein bisschen an, ähm, I'm a Legend. Weil da gibt's auch eine Szene, wo er nachts so lang draußen ist. Ihr kennt, also wenn ihr den Film nicht kennt, dann müsst ihr euch ihn jetzt angucken, bevor ihr weiter dieses Video hier guckt, weil er ist episch. Und in diesem Film gibt es auch eine Sequenz, wo er eben zu spät nach Hause kommt. Und dann finden die Monster sein Zuhause. Und ja, genau so geht's bei mir jetzt gerade auch. Nur da ist es bei mir nicht drum geht, dass die Monster mein Zuhause finden, sondern einfach, dass sie mich demnächst hier töten dürften. Wo geht's runter? Hier geht's runter. Und ich hab keinen Bock getötet zu werden. Dieser Ausflug, den wir gerade gestartet haben, der war so erfolgreich. Das wär echt nicht toll. Nee, wär's nicht. Da unten haben wir schon den ersten Creeper und hier haben wir hoffentlich nichts. Nee, haben wir nicht. Auch wenn wir da drüben mal noch ein bisschen ausleuchten sollten. Home, sweet home. Wir haben's dennoch geschafft und sind heil zurückgekehrt. So, Brot ohne Ende. Melonen ohne Ende. Truhen ohne Ende. Cobblestone ohne Ende. Eisen ohne Ende. Stonebrick haben wir auch ein bisschen. Und wir haben die zweite Disc von 12 oder so ähnlich. Jetzt haben wir noch richtige Kohle. Die können wir auch noch mal hier rein tun. Und dann, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Und dann versuchen wir uns jetzt mal ein Bucket zu craften. Dafür brauchen wir aber hier eine Kohle. Naja, okay, der eine Block. Was soll's? Was könnten wir noch so brennen? Haben wir gerade noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Schade. Okay. Zack. Zack. Sehr schön. Und aus dem Eisen können wir dann uns ein Bucket und eine Eisenspitzhacke machen. Ich mache jetzt gezielt eine Eisenspitzhacke und kein Eisenschwert. Da bräuchte ich noch ein Eisen mehr. Und wir haben ja noch mehr Eisen gesehen im letzten Part. Ja, im letzten Part. Das heißt, es dürfte kein Problem werden. Hier war es so langsam ein bisschen voll. Ich plane hier irgendwie mal die nächste Truhe ein. Man könnte die drüber stellen oder nebendran. Oder eins reingesetzt. Das ist, glaube ich, noch cooler. So, so. Wir haben ja zwei Truhen über. Genau, dann können wir die jetzt hier oben hinstellen. Zack, zack. Sehr schön. Jetzt können wir das hier auch noch weghauen. Und dann haben wir hier so einen kleinen Crafting Place, Bitch. So, sehr geil. Und unser Eisen wird gebraten. Sehr schön. Drei holen wir uns gleich schon mal raus. Und machen da draus ein Bucket. Sehr schön. Jetzt haben wir keine Server-Software, aber dafür einen Eimer, mit dem wir endlich Wasser transportieren können. Und uns da drüben zum Beispiel eine kleine Melonen-Farm zu bauen. Hier, das können wir nachher irgendwann mal zubauen. Das wäre auch mal noch so eine Aufgabe. Und dann hätten wir ihn zu Hause. Das reicht eigentlich auch für unsere Zwecke. Und da drüben. Da bauen wir jetzt noch ein bisschen rum. So, den Eimer sollte ich jetzt natürlich nicht wieder verlieren. Bauen wir uns hier eine ordentliche Brücke rüber. Dann können wir hier Erde hinsetzen. Und, ja, das passt. Gut. Also müssen wir erstmal den ganzen Schrott, der hier so rumgammelt, weghauen. Damit wir nachher hier ordentlich Erde reinsetzen können. Das machen wir am besten hier so an der Seite. Acht. Acht können wir machen. Ja, so acht. Acht ist schön. So und so. Schön, wenn wir jetzt nach und nach die ganze Welt hier in Angriff nehmen. Und es geht ja nicht drum, schön hier zu bauen oder sowas. Es geht möglichst viel zu entdecken. Und mit Melonen mache ich das einfach sehr viel lieber. Oh ja, Melonen entdecken. Hm. Melonen sind einfach lecker. Ohne jetzt hier irgendwie doppeldeutig zu sein. Deswegen essen wir gleich mal ein paar Melonen essen. Es dauert zwar extrem lang mit Melonen vorwärts zu kommen. Aber es ist immerhin schon mal ein Anfang. Sehr cool. Ja, hier eine Melonen-Farm. Man könnte ja auch das Einzäunen hier in der Schweine-Farm machen. Das wäre auch noch irgendwie cool. Das wäre vielleicht sogar noch cooler, wenn ich so drüber nachdenke. Hm. Hm, 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 hm. Waren wir eigentlich schon mal da oben? Ich glaube nicht. Oder? Waren wir schon mal da oben? Ne, da waren wir echt noch nie oben. Cool. Hm, Melonen-Farm? Oder hier so einzäunen und dann hier Schweine hinsetzen. Tö, 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 tö. Ne, das mit den Schweinen machen wir irgendwo anders. Wir machen jetzt schon hier unsere Melonen-Farm und vielleicht nebendran auch eine Weizen-Farm. Das müssen wir nämlich auch mal so in Angriff nehmen. Damit wir nämlich Tiere züchten können. Ja, das ist alles so, was wir uns jetzt noch in der nächsten Zeit so angucken müssen. Gut, hier sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, ich brauche Erde. Und zwar hier machen wir dann Leerraum. Hier setzen wir nämlich Wasser rein. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann haben wir hier Erde. Und hier Erde. Dann können wir nämlich hier unsere Sachen wachsen lassen. Ja, und dann reicht es eigentlich auch schon. Wir können auch hier das Wasser reinmachen. Das ist noch cooler. Zack, zack, zack. Boah, wie lange das dauert her. Ich bin so glücklich, dass ich mir jetzt endlich ne Eisenspitze machen kann. Und die brauche ich nämlich auch. Denn wie wir gerade gesehen haben, ist da hinten, irgendwo da hinten, guckt euch einfach mal den letzten Part an, ist hier hinten irgendwo Gold. Warte, da oben müsste es sein. Ne, woanders oben. Auf dem Berg, auf dem wir gerade waren. Und wenn wir jetzt hier Erde hinsetzen und hier Erde hinsetzen, ich grabe das mal auch noch schnell weg. Und da hinten dann Wasser. Dann haben wir unsere erste kleine Melonen-Farm. Geil. Und ich glaube, eine größere werden wir auch nie bauen. Das heißt, wir brauchen jetzt zweimal sechs, zwölf Erde. Haben wir zufällig gerade zwölf Erde noch da? 13 Erde, hey. Was ist denn heute wieder los? Präzise bis zum Gehtnichtmehr. Sehr schön. Ich weiß, dass man Melonen auch ohne Wasser anpflanzen kann. Aber, mh, nee, finde ich jetzt ein bisschen unnötig. Gut, Melone, Melone, Melone. Die Samen haben wir hier. Wir brauchen aber noch ein paar mehr Samen. So, zwei, vier. Wir brauchen sechs. Also nochmal zwei davon. So. Und so. Jetzt haben wir schon mal genug Samen. Aber bevor wir jetzt irgendwas anfangen hier zu pflanzen, verstauen wir das restliche Eisen. Machen mal schnell Tag. Und dann müssen wir da runter und uns Wasser holen gehen. Noch so ein leidiger Job. Runterlatschen und Wasser holen. Das mache ich ja überhaupt nicht gern. Gib mir mal noch eine Melone-Wegzehrung mit, bitte. Ähm, war's das? Ja, das war's. Und wir sind übrigens immer noch nicht gestorben, weil ich gerade so drüber nachdenke. Ha, episch. Gut, aber so wie es da unten aussieht, könnten wir jetzt demnächst mal sterben gehen. Hey, scheiße. So viele Viecher. Oder haben wir ein Skelett im Wasser? Das ist aber gar nicht gut. Mit dem könnten wir uns gerade noch anlegen, denke ich mal. Und solange das im Wasser bleibt, dann wird das auch nicht anfangen zu brennen, ne? Hm, nicht gut. Wir gehen woanders hin zum Wasser holen. Komm. Da oben wollte ich eh noch hin, also können wir auch gleich da hochgehen und uns von der Kaktus-Farm. Ja, Kaktus-Farm wollte ich schon sagen. Ja, von der A, B, C, von der Kürbis-Farm ein bisschen Wasser leihen. Weil da ist eine unendliche Wasserquelle und wenn ich jetzt da runtergehe und das Wasser zerstört, dann fließt das wieder irgendwo hin und das sieht dann wieder scheiße aus. Und wenn man in dieser Welt doch schon rumbaut, weil es eine Survival-Map ist, dann kann man das ja doch wenigstens so machen, dass es am Schluss gut aussieht. Also wirklich. Da oben war es, genau. Ich habe immer noch Angst, dass mich irgendwas mal hier anfällt. Oder dass ich irgendwo mal runterfalle. Das kann alles sehr gut sein und ist auch alles sehr nah beieinander. Was ja auch immer schön passiert, man schleicht rum, wird angefallen und fällt runter. Gute Kombo, würde ich dann sagen. Man könnte sich natürlich auch da drüben einrichten, aber das sieht schon so nach Dungeon aus. Ja, und wir sehen da auch schon die ersten Viecher. Oh Gott, ne, da will ich nicht hin. Da habe ich Angst vor. Ein weiterer Nachteil dieser Map ist natürlich, im Gegensatz zum Beispiel zur Tree Survival-Map, dass man hier nicht auf Blättern unterwegs ist. Das heißt, hier können überall die ganze Nacht Monsters spawnen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier oben nichts gespawnt ist, ansonsten sind meine Überlebenschancen nicht maximiert. So, den hauen wir weg. Sehr schön, ein weiterer Kaktus für uns. Kaktus, ja, du bist auch so ein Kaktus, hey. Das Eisen nehmen wir noch mit. Die Cola nehmen wir noch mit. Und da hinten haben wir noch irgendwo Gold. Ich habe doch Gold irgendwo gesehen noch. Ähm, da oben. Genau. Alles total unerreichbar. Und ich würde eigentlich auch mal gerne da hochklettern. Da haben wir nämlich noch mehr Gold. Gut, viel zu tun für uns, würde ich sagen. Auf jeden Fall genug für diesen Part. Aber heute farmen wir erstmal eine Runde. Denn wir wissen ja, eine gute Nahrungsquelle ist der... Ah, da unten haben wir Knochen. ...ist der Ausgang für jede erfolgreiche Operation. Naja, mehr oder weniger. Nop. Sehr schön. Und mit diesem Eimer Wasser gehen wir jetzt zurück und haben das Ziel... Wo ist eigentlich unser Ziel? Wo sind wir eigentlich? Fuck, ich habe mich schon wieder verlaufen. Äh, da ist die Brücke. Ach Gott. Das wird es noch so oft passieren, dass wir uns hier verlaufen. Noch so oft. Ja, und irgendwann werden wir uns sicher noch in Tode stürzen. Das muss einfach kommen. Es kann gar nicht nicht kommen. Oder doch? Hm. Ich sprint jetzt einfach mal, weil wir werden gleich eh genug Nahrung haben. Und das bisschen Sprinten wird jetzt keinen Hals brechen. Wir müssen eh nochmal zurückkehren, weil wir brauchen zwei Wasser für eine unendliche Wasserquelle. Und haben gerade nur ein einziges gesammelt. Wupp. Ich mache hier schon bald einen auf Debitor, hey. Wie der mit seinem Gastauftritt beim Dinger beim, äh, Forget the Skyblock. Springt einfach mal so über Riesenlöcher weg und so. Ja, who cares, who cares. Wir haben ja die Items, ne. Diese Map ist aber wirklich, das ist, das ist Training. Das ist hier Pokémon-Training. Nein, das ist Training für jemanden wie mich. Für so einen Jump. Was ist da unten denn noch? Ah, da habe ich mir was gebaut. Für so einen Jump-Fanatiker wie mich. Der bloß versucht nicht zu springen und sich mit keinem Monster anzulegen und sowas. Das hier ist Extremprogramm für mich. So, ne, hier muss er hin. So, noch ein Wasser und wir haben eine unendliche Wasserquelle. Aber dafür müssen wir jetzt nochmal zurücklaufen. Ach, das ist doch, naja, nicht langweilig. Nö, langweilig ist es nicht. Dennoch irgendwie interessant. So, und nochmal da hochklettern. Wäre es nicht vielleicht schneller gewesen, aber ich will die Wasserquelle da unten nicht zerstören. Deswegen müssen wir jetzt eben nochmal hier hochlaufen. Muss auch sein, dafür können wir uns dann Melönchen anpflanzen. Und mit dem Knochen, den wir gerade gefunden haben, machen wir uns gleich die ersten Riesenpflanzen. Und dann haben wir Melonen, eine kleine Melonenfarm und nie wieder Nahrungsprobleme. So, da wird schon wieder nach mir gerufen. Das ist der Nachteil, wenn man noch nicht seine eigene Wohnung hat. Dann gibt es eben andere Menschen, die auch mal so einen Teil von einem abhaben wollen und so. Soziale Kontakte und sowas. Kennen Gamer nicht. Gamer stinken. RTL for the win. Und da wird mir eben hin und wieder mal gerufen und ein Glück, dass die Aufnahme in ein paar Minuten eh zu Ende ist. Weil dann hätte ich ja nämlich auch gar keine Zeit mehr. Hm, nicht gut. Ich will aber noch einen dritten Part aufnehmen. Ich habe jetzt schon den zweiten Part hier in Folge. Ich hätte jetzt Bock, noch einen dritten aufzuhören. Im Moment, da ist unsere Brücke. Ich lade immer in dieselbe falsche Richtung. Was ist denn los mit mir? Denn wenn ich jetzt noch einen dritten habe, dann habe ich genug für die nächsten eineinhalb Wochen. Ja, das ist okay. Ihr habt ja sicher schon gemerkt, ganz guten Habs schon mitgekriegt. Ich lade Skyblock her. Skyblock, Opfer. Ich lade Extreme Heights immer an Mittwochen und Sonntagen hoch. Mittwochen. Ist das richtig? Uh. Weil das sind so für mich irgendwie so die Tage. Das ist so irgendwie Mittwoch und Sonntag sind beides besondere Tage. Und welcher Tag, außer ein besonderer Tag, verdient denn ein Part Extreme Heights? Eben. Du musst das immer besser abgrenzen. Irgendwann gehe ich hier noch drauf. Sump Bucket. Und dann ist der Counter auf 1 und mein Level auf 0. Sehr schön. Unendliche Wasserquelle. Zu, zu. Zack. Ähm. Moment. So. Genau. Äh. Wasser von hier hinten nehmen. Wieder hinsetzen. Wasser von hier nehmen. Hier hinsetzen. Und nochmal der ganze Spaß. Von hier hinsetzen. Hier hin. Genau. Sehr schön. Stilles Wasser. Sieht einfach besser aus. Jetzt müssen wir uns eine kleine Route bauen. Eine Route. Hm. Hm. Routenschlag. Nein. Wir brauchen so ein kleines, kleines Etwas zum. Wo sind unsere Stöcker? Du, 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 du. So ein kleines Etwas zum Farmen. Ich habe vergessen, wie die Dinger heißen. Gibt's ja auch nicht Sense. Ich will keine Axt. Ich will eine Sense. Stonehoe. Eine Hoe. Erinnert mich wieder extrem an Mo. Haben wir die Samen schon? Ne, haben wir nicht. Die werden wir nämlich dann direkt anpflanzen. Sechs an der Zahl. Genauso viel, wie ich brauche. Und wir bräuchten noch einen zweiten Knochen. Bitteschön. Danke. Dann können wir nämlich gleich alle auf Vollgas. Wie machen wir es am besten? Ist die Melonen? Ja, wir machen hier die Samen hin. Zack, 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 zack. Und jetzt verarbeiten wir unsere beiden Knochen. Sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und bevor es jetzt dunkel wird, müssen wir ganz schnell hingehen und hier noch eine Fackel hinsetzen, weil ansonsten dürfte unseren Setzlingen etwas zu dunkel werden. Kein Glück, dass wir noch zwei Stöcke haben. Und da sind sie auch, unsere acht Fackeln. Wir haben wieder mal Stein ohne Ende. Wo kommt denn der die ganze Zeit her? Gut, ähm, an die Wand. So und so. Ist total asymmetrisch. Und so. Dann machen wir so und so. Und den in der Mitte weg. Ja, passt schon. Sehr schön. Und damit haben wir es gemeistert. Oh, ich will jetzt hier nicht drauf springen. Glück gehabt. Damit haben wir es gemeistert. Jetzt haben wir unsere erste eigene Melonenfarm fertig. Und können hier in Zukunft wunderbar selbst angepflanzte Melonen essen. Selbst angepflanzt ist doch immer noch am besten. Ich freue mich fürs Zusehen. Ich freue mich fürs Zusehen. Fuck. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. So ist der Satzbau richtig. Das nächste Mal werden unsere ersten eigenen Melonen hier erwachsen. Wir machen mal noch schnell die Pfeile und den Kürbis weg. Die Stonehoe werden wir auch mal so vorerst nicht brauchen. Die Spucket auch nicht. Und dann werden wir wohl das nächste Mal gucken, dass wir zu unserer kleinen Melonenfarm, die gerade ihre erste Melone, unsere allererste Melone, lecker. Oh, wunderschön. Und sie gibt uns gleich sieben Teile. Die maximale Zahl. Werden wir hier links vielleicht, das heißt doch, wir werden hier links dazu, noch eine kleine Weizenfarm dazu bauen. Das heißt, wir sind dann in Zukunft Selbstversorger. Perfekt so, oder? Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Tschüss.